Sicher ist sicher, nicht nur eine Bilg-Kopie hat Paris Hilton, 37, von ihrem 1,6 Millionen Euro teuren Verlobungsring anfertigen lassen, sondern gleich mehrere. Das verriet die Hotel Erbe nun in einem TV-Interview. Ich habe einige Kopien anfertigen lassen. Wenn ich den Ring trage, habe ich einfach Angst in manchen Ländern, so Hilton. Sie habe sich insgesamt drei Exemplare anfertigen lassen, die sie dann bei DJ-Gids oder an bestimmten Orten trage. Die Sorge um das Schmuckstück kommt nicht von ungefähr. In Arz hatte sie den Ring beim Tanzen in einem Nachtclub verloren. Wie durch ein Wunder fand ihr Verlobter Chris Zylka, 33, The Leftovers, ihn in einem Eiskübel wieder, bevor es jemand anderes tat.